Ja? Trotzdem! Eine Klasse höher in der Athletik. In der Athletik-Klasse. Eine Klasse höher. Okay, dann ist das hier bald schon drückt. Trotzdem, du weißt natürlich, was die Athleten da hinten durchmachen. Bisher ist es wirklich toll, dass du als ehemaliger Wettkampfathlet da stehst, denn du weißt, wie die Ticken gab es da schon in Komplettausfälle. Nein, bis jetzt nicht. Also alle friedlich, du hast die gut im Griff. Einmal frei. Und ja, wir haben auch eine ganz ruhige Art. Also Dankeschön wirklich an dieser Stelle. Lass uns hinter der Bühne rein und benutzt gerade mit der Organisation. Dankeschön!